Du möchtest also Adobe Illustrator kostenlos bekommen? Nun, leider geht das nur mit einer 7-Tage-Testlaufzeit, aber es gibt eine Menge kostenlose Alternativen. In diesem Video stelle ich dir sowohl kostenlose Alternativen vor, als auch kostengünstige. Wir starten direkt mit einer kostenlosen Alternative namens Inkscape. Inkscape ist eine mächtige und kostenlose Software, die viele Funktionen bietet, die mit Adobe Illustrator vergleichbar sind. Obwohl Illustrator einige fortschrittlichere Werkzeuge für professionelle Designer bietet, ist Inkscape für die meisten Anwendungsfälle mehr als nur ausreichend, besonders für Grafikdesigner, Webentwickler und Hobbyisten. Hier sind einige Besonderheiten. Inkscape bietet eine breite Palette an Werkzeugen, die für professionelle Vektorgrafiken benötigt werden. Viele Dateiformate werden unterstützt, wie zum Beispiel SVG, PDF, EPS, PNG und DXF. Die Software ist für Windows, macOS und Linux-Betriebssysteme geeignet und dazu tun sich Anfänger auch noch sehr leicht mit dieser Software. Dazu kommt auch noch, dass die Software regelmäßig geupdatet wird und eine aktive Community dahinter steckt. Fazit. Für jeden, der nach einer kostenlosen Alternative für Adobe Illustrator sucht, die plattformübergreifend ist, ist Inkscape eine ausgezeichnete Wahl. Alternative Nummer 2. CorelDRAW. CorelDRAW ist eine populäre Alternative zu Adobe Illustrator und bietet zahlreiche Funktionen, die es besonders machen, vor allem im Bereich Vektorgrafik und Design. Man kann die Software 15 Tage lang kostenlos testen und danach würde sie dann nur ca. 5 Euro im Monat kosten, was im Vergleich zu Adobe Illustrator ein Weltenunterschied ist. CorelDRAW unterstützt eine Vielzahl von Dateiformaten, einschließlich der nativen AI- und PSD-Dateien von Adobe. Dies ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit oder das Übertragen von Projekten zwischen den beiden Plattformen. Die Software unterstützt zudem über 100 Dateiformate, was die Flexibilität beim Importieren und Exportieren von Dateien erhöht. CorelDRAW bietet uns auch super interessante Werkzeuge, die Illustrator sehr ähnlich sind. Einige dieser Tools sind sogar einfacher angesehen. LiveSketch. Mit der LiveSketch-Funktion können Benutzer skizzieren und diese Skizzen in präzise Vektorgrafiken umwandeln. Dies wird als besonders innovativ angesehen, da es den kreativen Prozess vereinfacht. Anpassbare Vektorpinsel. CorelDRAW bietet zahlreiche Pinseloptionen, die anpassbar sind und den Designprozess flexibler gestalten. Meshfill-Tool. Diese Funktion erleichtert die Erstellung von realistischen Farbverläufen und komplexen Schattierungen. Ähnlich wie bei Illustrator, aber einige Benutzer bevorzugen die einfachere Anwendung in CorelDRAW. Fazit. CorelDRAW zeichnet sich durch seine benutzerfreundliche Oberfläche, flexible Preisstruktur, umfassende Funktionen für Vektorgrafiken und Layout-Designs aus. Es ist besonders attraktiv für Designer, die nach einer All-in-One-Lösung suchen. Wie ihr wahrscheinlich ja schon wisst, brauchen wir als Grafikdesigner ständig neue Grafiken und Schriftarten. Und dafür kann ich euch nur die Seite Envato Elements empfehlen. Für gerade einmal 14,50 Euro im Monat könnt ihr hier unlimitiert Grafiken und Schriftarten herunterladen. Sogar Vektorgrafiken sind hier mit dabei. Wenn wir auf Grafiken draufgehen, dann sehen wir hier unten Vektorgrafiken. Da können wir danach einmal filtern und finden dann hier viele verschiedene Vektorgrafiken, die wir für unsere Projekte einsetzen können. Wie gesagt, Envato Elements werde ich euch mal unten in die Videobeschreibung verlinken. Alternative Nummer 3, Vektor. Vektor ist eine webbasierte, kostenlose Vektorgrafik-Software, die sich als einfache und zugängliche Alternative zu Adobe Illustrator positioniert. Im Vergleich zu Illustrator, das für professionelle Designer konzipiert wurde und eine steile Lernkurve hat, richtet sich Vektor an Nutzer, die einfache Vektorgrafiken erstellen möchten, ohne umfangreiche Vorkenntnisse in Grafikdesign zu haben. Hier sind nun einige Vorteile. Kollaboratives Arbeiten in Echtzeit. Eine herausragende Funktion von Vektor ist die Möglichkeit zur Echtzeit-Kollaboration. Nutzer können einen Link zu ihren Projekten teilen und andere können live mit ihnen an einer Grafik arbeiten. Ein anderer Vorteil ist die cloudbasierte Speicherung und Zugriff. Da Vektor webbasiert ist, können Projekte in der Cloud gespeichert werden. Dies bedeutet, dass der Benutzer von überall und von jedem Gerät aus auf Design zugreifen kann, ohne sich um die Dateiübertragung kümmern zu müssen. Und auch hier kann man die Software auch wieder plattformübergreifend für Windows, MacOS und Linux nutzen. Fazit. Vektor ist eine starke Alternative zu Adobe Illustrator, insbesondere für Benutzer, die nach einer kostenlosen webbasierten Lösung für grundlegende Vektorgrafik-Arbeiten suchen. Allerdings eignet es sich eher für einfache Designaufgaben und nicht für komplexe, professionelle Arbeiten, wie sie auf den Illustrator gefordert werden. Alternative Nummer 4, Affinity Designer. Den Affinity Designer kann man sogar hier sechs Monate lang kostenlos testen. Und ich kann euch sagen, der Affinity Designer ist tatsächlich sogar ziemlich ähnlich zu Adobe Illustrator. Also wer mit Adobe Illustrator schon mal gearbeitet hat, der wird sich hier in dem Affinity Designer ziemlich, ziemlich schnell zurechtfinden. Es gibt hier sogar auch eine Photoshop-Alternative. Das ist hier Affinity Photo. Da ist auch wieder sehr, sehr viel ähnlich zu Adobe Photoshop. Und das Beste daran ist, dass ihr hier das Ganze für eine Einmalzahlung bekommen könnt. Also ihr müsst hier nichts monatlich bezahlen, sondern bezahlt ein einziges Mal 180 Euro und habt dann den Affinity Designer und Affinity Photo für Fotobearbeitung. Alles in einem Paket. Und zu guter Letzt nochmal für dich eine kostenlose Alternative. Alternative Nummer 5, Vectisi Editor. Der Vectisi Editor ist ein kostenloses, browserbasiertes Tool für Vektorgrafikbearbeitung und bietet eine benutzerfreundliche Alternative zu Adobe Illustrator, insbesondere für Gelegenheitsnutzer und Einsteiger im Grafikdesign. Eine der größten Stärken des Vectisi Editors ist der direkte Zugang zu umfangreichen Bibliotheken von Vectisi, die tausende von lizenzfreien Vektoren, Illustrationen und Designvorlagen enthält. Diese Vorlagen sind nützlich für Benutzer, die schnell ein Design erstellen möchten, ohne bei Null anfangen zu müssen. Da der Vectisi Editor webbasiert ist, benötigt er keine leistungsstarke Hardware wie Adobe Illustrator. Dies ist ein Vorteil für Benutzer, die auf älteren oder weniger leistungsfähigen Computern arbeiten. Im Gegensatz zu dem Adobe Illustrator, das in der ersten Linie für professionelle Designer entwickelt wurde, richtet sich der Vectisi Editor auch an Nicht-Designer oder Nutzer, die gelegentlich einfache Designs benötigen. Social Media Manager, Lehrer oder Blogger können den Editor nutzen, um schnell Vektorgrafiken für ihre Projekte zu erstellen, ohne ein umfangreiches Design-Training zu durchlaufen. Ein Nachteil der Software ist, für komplexe oder druckfertige Projekte fehlen jedoch einige erweiterte Exportfunktionen, die Illustrator bietet, aber trotz dessen lassen sich die gängigsten Formate wie z.B. SVG, PNG und JPEG problemlos exportieren. Fazit, der Vectisi Editor ist eine ausgezeichnete, einfache und kostenlose Alternative zu Adobe Illustrator für Nutzer, die grundlegende Vektorgrafiken erstellen möchten, ohne sich in eine komplexe Software einarbeiten zu müssen. Durch seine intuitive Bedienung, die direkte Integration in die Vectisi-Grafikbibliothek und seine Flexibilität als browserbasierende Plattform eignet er sich besonders für Anfänger, Gelegenheitsdesigner und Content Creator. Nun würde es mich noch interessieren, welche Alternative dir am besten gefallen hat und vor allem warum. Lass es mich doch gerne mal unten in den Kommentaren wissen. Ich bedanke mich fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal.